Stefan, ich kann dir sagen, sowas ist sowas. Wer hält denn sowas aus? Und es war dann völlig klar auch für mich, was da abgeht. Und die Dozenten, die haben alle nur selber Schiss, dass sie nicht gut genug sind. Oder dann auch diese Hierarchien, die es dann da gibt. Wer dann da eine feste Professur hat und wer nur Angestellter ist. Also man kann eigentlich nur Mitleid mit den Leuten haben, aber es macht halt so eine Atmosphäre voller Gift in so einer Hochschule. Du hast da keinen Raum, dich künstlerisch zu entfalten, weil da wird geübt, was der Professor dir sagt und gut ist. Und da will keiner hören, dass du selber Lieder komponierst oder so. Ich habe bei meinen Aufnahmeprüfungen auch immer in mein Repertoire geschrieben, dass ich auch ein eigenes Stück gerne spielen würde. Hat keine Sau interessiert. Das wollte keiner hören. An dieser Hochschule, du kannst dir nicht vorstellen, da sind Leute, das sind Genies, die auch wirklich, die sind Weltstars. Sie wissen es nicht. Und sie haben so krasse Blockaden im Kopf, dass sie noch nicht mal anfangen, weil sie das gar nicht checken, was da läuft oder woran diese Blockaden vielleicht liegen könnten und so. Und die hassen nicht alles. Ist ja klar. Ich bin fast am Ausflippen hier. Ich bin vollkommen sprachlos und mir fällt nichts mehr ein. trapped. boot. bee 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 bee